Willkommen zurück bei Let's Play Minecraft! Lüge! Nicht willkommen zurück bei Let's Play Minecraft! Ja! Hey! Ja, wir machen weiter, also Patrick macht weiter da, wo er hingehört, im Keller. Genau, denn ich bin Miotismon und ich fühl mich im Dunkeln wohl. Und Update zum Texturenpaket, das ist das Standardtexturenpaket, denn irgendwie, also eigentlich ist es das Faithful Texturenpaket, aber irgendwas stimmt da nicht da, weil scheiße gemacht, also weiß nicht, woran das ist. Das Einzige, was mir auffällt, ne, am Hauptmenü, wenn du das änderst, ist, dass es nicht ganz so verpixelt ist, wie dieses Default, aber prinzipiell null Unterschied. Das heißt, da müssen wir uns wirklich für die nächste Aufnahmesession was Neues überlegen. Genau, also man hat gemerkt, es war definitiv etwas mit S, ne, Faithful. Ja. Wie gesagt, ja, ich helfe dir, glaube ich mal, so. Ich erbarme sie. Hm, ekelhaft. Ja, erbarme sich. Bäh! Bäh! Äh, reicht das Holz eigentlich, was ich dir gegeben habe? Wahrscheinlich nicht, ne? Nein, das reicht auch nicht. Gut, am nächsten Tag also Holz hacken gehen, dann helfe ich dir mit dem Dach erstmal weiter. Ich werde dann am nächsten Tag, wie du so schön sagtest, mich dann aufmachen in Richtung Feld. Nein! Das darfst du nicht tun, Kevin, das darfst du einfach nicht tun. Du bist ja nicht reif dazu. Okay. Mein junger Padawan. Hä? Padawan! Spinsel! Ich habe jetzt irgendwie das Bedürfnis, dich auch reinzubauen. Echt? Ja, dann baum ich doch hier oben einfach mal ein, so. Einfach mal mitten im Haus, so. Ja, okay. Ich meine, wenn du das Bedürfnis hast, Bedürfnisse müssen ja befriedigt werden, ne? I. I. Wer ist befriedigt? Er hat befriedigt gesagt! Ja! Also wäre jetzt die Standardantwort von den typischen YouTube-Guckern, ne? Genau. Habe ich das so erwähnt? Wir fanden das nicht los. Nee. Vielleicht macht's clear und meine Spitzhack ist tot. Oh! Oh! Tod ist sie! Und ich habe nur noch ein ganzes halbes Herz. Ein ganzes halbes Herz? Mann, 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 ey. Ein ganzes halbes Herz. Oh, clear. Oh. Aber, ich habe natürlich für Reserve gesorgt. Oh. Reserve. Okay. Und ich habe auch mal für Reserve gesorgt. Was los? Also, wenn wir rausgehen, sollten wir definitiv aufpassen. Da stehen drei Bogenschützen und ein Creeper. Das ist ungut. Du hast noch nicht Sand herbekommen. Ich? Ich war gerade in der Wüste. Da, wo du hingehörst, ne? Ja, genau. Also, ich habe gehört, in der Wüste gibt es öfter Sand. Habe ich gehört. Was meinst du? Muss ja nicht stimmen. Ich bin eine Spinne, das ist ekelhaft. Ekelhaft. Vor allem, weil die immer so strange sind. Weißt du, eigentlich dürfen die dich tags nicht attackieren, ne? Aber einige tun es. Ja, weil die dich nachts gesehen haben. Ja, ja, schon, aber trotzdem. Weißt du, das kannst du manchmal gar nicht beurteilen. Du denkst so, la, 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 Spinnchen ist friedlich. Öh, wird tot. Öh, wird tot. So macht die Spinne das ja auch. Öh, wird tot. Ja, ja. Öh, ja, ja. Ich bin Kevin. Öh, ja, ja. Soll das denn heißen? Dass du Kevin bist. Mo! Wow. Willst du langsam Tag? Da oben. Ich weiß nicht. Gott, schau dieses Texturen-Paket einfach nur scheiße aus. Scheiße, Standard. Klopf, klopf. Ich empfang mal den Besuch. Ich empfang mal den Besuch. Hallo. Hallo, Besuch. Naja. Ja komm, empfang ihn doch nochmal. Du bist so ein Arschloch. Aber gut, er verfolgt das. Ja, das hast du jetzt nämlich davon. Das hast du jetzt nämlich davon. Du bist so ein Mongo. Und ich hab kein Schwert. Und ich kann mir mal deins aufheben. Also unser Dach sieht echt geil aus. Drei Spinnen. Ja. Oben drauf, ja. Schön. Haben wir zwei Skelette vor der Tür. Mhm. Der Creepermann steht da auch noch. Und er ist das bekommen, was du dir verdient hast. Du, was darfst du nicht sagen? Was darfst du nicht sagen? Gut. Hast du dich denn verteidigen können? Ja, einigermaßen bin ich am Leben. Na, schade. Ich hab mir da auch gestoppt. Cool. Was ich sagen wollte, wie viel Schätzt du braucht man noch für das Dach? Genug, denn diese Holzstüffchen sind ja schon kostenintensiv. Stimmt, die Stüffchen benötigen wir noch. Halleluja. Gibst du mir ein paar meiner Stickys zurück. Ich hab Stickys von dir aufgehoben. Na gut, dann geb ich dir die Acht, die ich noch hab. Schön, jetzt brauche ich noch ein bisschen Cobblestone. Bitte. Da. Dankeschön. Das ist genug. Ich hab jetzt Angst, wo du spinnst. Hilf mir. Komm mit mir, wie hat er gesagt. Ich hab ja mein Schwert dabei. Ist ja überhaupt kein Problem. Also komm mit mir jetzt erstmal. Ja, warte doch erstmal. Ich muss grad hier meine... Aber es ist Tag. ... jetzt zurechtlegen. So, Moment. Na komm. Alle auf dich? Ja, und der Creepermann auch. Und die Creepermänner, Entschuldigung. Was ist hier los? Was geht los da rein? Aber die verfolgen mich, ne? Der Creepermann gesagt. Es ist abgekommt. Kann ich nicht beurteilen. Kommst du klar? Ja, ja. Die Spülle ist kaputt. Gut. Machst du auch die Creepermänner mal kaputt? Die finde ich nicht. Die sind doch recht zum Haus. So, gucken wir mal. Bäumsche hier. Da kommt gleich hier der nächste Bäumsche. Es gibt hier, glaube ich, auch ein Mod, wo der Baum sofort gefällt, wenn man unten das Ding wegholzt. Über sowas könnte man auch eventuell nachdenken. Ist ja auch realistisch in dem Sinne, weil ich meine, welcher Baum bleibt schon schweben, wenn man unten den Stamm wegrotzt. So, da Dingen machen wir auch nochmal schnell weg. Bisschen Holz benötigen wir ja noch, wie Kevin schon gesagt hat, für die Stüffchen. Hä, Stüffchen hat er gesagt. Hm, ne kleine Schwugele. Hast du dich grad selber beleidigt? Ne, ich hab dich beleidigt. Entschuldigung. Ich bin explodiert. Du bist explodiert? Ja, mit dem Creeper. Und der andere ist auch. Wir sind gleich beide explodiert. Und das Haus steht noch, ja? Äh, ja, 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 keine Ahnung. So steht wirklich. Puh, dann ist die Welt noch in Ordnung. Nix passiert. Ein bisschen Spaß muss sein. Dann ist die Welt voller Sonnenschein. Komm ich denn darauf? Ja, das hörst du doch. 24-7 gibt's doch zu. Ja, stimmt, hast recht. Dein Smartphone haust du nur Roberto Blanco. Entschuldigung, auf deinen Walkman. Genau, auf meinen Discman. Nein, ich bin schon so modernisiert, ich hab schon einen Discman. Cool. Da war das, da war das noch, war ein Discman noch in. Discman, Discman, wenn ich das schon höre. Also Patrick hatte kein Discman, hat er mir erzählt. Ich hatte ein Tamagotchi. Ja, ich auch. Ich hatte Tamagotchi für Game Boy Color, hatte ich das. Das gab's? Ja. Lava nicht. Ja, das ist ganz glücklich. Krasser Scheiß. Hammer, ne? Das ist ja heute ein Joke, aber weißt du, damals war es ein Feuerwerk an Grafikkunst. Also, ja, das war auch, das Spiel hat dich entertained. Das hast du echt geil gefunden. Aber mittlerweile, boah. Wir kennen das ja selber so. Setz uns mal diesen verrotzten Gören von heute hin. Die schmeißen wir sofort aus dem Fenster. Was, Tamagotchi, was ist das für eine Grafik? Ist doch gar nicht 3D. Ja. Wie, kein Touchscreen. Hm, kann ich das an meinem Toshiba NPD-TV anschließen? Diesen Insider wird niemand verstehen. Der wird nie. Ja, kann ich ja nichts hören. Ist ja deren Problem. Abonnenten, er hat euch beleidigt. Ja. Der abonniert ihn, mich nicht. Ja, der abonniert mich, nicht ihn. Nein, wir sind natürlich Abo-geil, ne? Und wir müssen jetzt, äh... Na, komm, wir sagen jetzt auch nach jedem Video, ähm, Thumbs-up und Abonnierung. Genau, unbedingt Thumbs-up. Aber dann müssen wir so innovative Sprüche uns einfallen lassen, wie einige Let's Player auch. Ähm, Thumbs-up gegen die Hater. Hey! Ja! Weißt du, dann wirkt es nicht so, dass du so Thumbs-up-geil bist, weißt du? Genau, dann denkst du, ah, gegen die Hater. Genau, genau. Mit jedem Thumbs-up vergrault ihr einen Hater. Ach so, ach so, so läuft das. Denn dann steht bei ihm so auf YouTube, auf seinem Kanal, ja, du bist blockiert. Für LP Nexus LP, weil du gehatet hast und die haben dir einen Thumb abgegeben. Aber komm, äh, ne? Wir können ja schon mal sagen, wir hatten noch nicht so viele Hater. Natürlich sind da ein, zwei dabei, so, äh, du bist schlecht. Hm, aber ich glaube, bis jetzt echt nur so zwei Kommis, ne? Ja, aber das war aber auch, glaube ich, nur bei so einem W-Time, wo wir ja wirklich schlecht sind. Beim W-Time, ich glaube, einmal bei dir, Tumorhals. Ja. Also, äh, also ich hab die Mission ja in fünf Minuten geschafft und nicht so wie du in 30. Genau. Das sind so die typischen Sachen. Hm. Aber sollen sie das gut einfach dazu? Ich meine, damit rechnen wir ja auch. Sonst wären wir ja hier nicht Let's Player geworden. Ähm. Ja, ist nicht jeder so cool wie hier. Dann musst du was da einfach ausblenden, weil ich meine, du stößt irgendwo immer auf Hater-Kritik, die dich einfach fertig machen wollen. So what? Es geht einfach nur um die Leute, die dich supporten und ich glaube, um die kümmern wir uns. Supi, dupi. Ja, wir... Zumindest versuchen wir das. Wir electrifien sie, würde ich sagen. Ja. Also, ich, du ja eher nicht. Genau. Also, ich, du ja eher nicht. Genau. So sieht das aus. Wie schaut's denn bei deinen Bäumen aus? Sehr gut. Auch fleißig am Nachpflanzen. Aha. Äh, äh. Ja, Entschuldigung, dass mich das interessiert. Boah. Wer bin ich, hm? Weiß ich nicht. Das ist nur... Das frage ich mich gerade auf. Wer, wer ist der? Was möchte der mir damit sagen? Wer bin ich, hm? Ist das echt nicht? Nein, ich kann das nicht. Ich auch nicht. So. 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 Tüdelü. Juhu. Hört man eigentlich diesen Köter hier bellen in meiner... Durch das Headset, hörst du das? Ich hab das gerade gehört, kurz, aber im Moment gerade nicht. Scheiß Nachbarsköter, ey. Der ist nur am bellen, 24-7. Boah, dann schläf er ihn halt. Und die schreit die ganze Zeit so, hör auf, hör auf. Das wird dann noch aggressiver. Ja, aufhören. Hör auf. Das ist ein kleiner Terrier da, ey. Zehn Zentimeter groß und denkt, der ist es. Erinnert mich an eine Migrationsgruppe. Dich auch? Terrier? Ja, nein. Die Tatsache, zehn Zentimeter groß und denken, sie sind es. Terrier? Ja, richtig. Terrier. Wie weit bist denn du da? Was machst du überhaupt? Ich, ja, ich hau ein bisschen Gras. Du grast? Ja, das ist mein Hobby, ein bisschen Gras hauen. Das mache ich gerade. Ich kam auch gerade vom Gras. Enderman. Nicht angucken. Das ist ja ganz lieb, das ist ja ganz handzahm. Ja. Könntest du den in die Tasche stecken? In die Tasche stecken. Möchte ich das hier nur nicht angucken. Ja. Hast du es verstanden oder soll ich es nochmal irgendwie wiederholen? Bitte wiederhole es nochmal. Das war jetzt echt wirklich kompliziert für mich. Boah, dieser Köder geht wieder ab, ey. Ich könnte ausdicken. Ja, komm. Spring aus dem Fenster und schnapp ihn dir. Komm und schnapp ihn dir. Komm und schnapp ihn dir. Los, Pokéball. Oh, hat sich befreit. Terrier hat sich befreit. Hm, war ein Pfiffchen. Oh, dann wäre er ja süß. Ist er süß? Hm, hm. Ja, also. Hässlich wie die Nacht. Dann darf er kein Pfiffchen sein. No. So, mal hier eben ein bisschen noch die Sepplings einsammeln. Wieder bäumische Pflanze, weil wir lieben ja die Umwelt. Wir sind ja natürlich auch Anhänger von Bündnis 90, die Grünen, liebe Freunde, liebe Umweltfreunde da draußen. Also ich nicht, nee. Ich auch nicht. Also ich bin da eher so die Piratenpartei, eine Verrichte im Internet oder so. Ach so. Nee, ich bin hier Anhänger der beliebtesten Partei FDP. Ah, bist du nicht eher bei den Rentnern? Die Rentner. Ja. Auch, ne, auch. Auch. Passiert manchmal, weißt du, passiert. Du vertrittst viele Interessen. Moment. Moment. Mein lieber Herr Kevin. Eins, zwei, drei. Das Fenster, ne, hier, das ist nicht symmetrisch. Da muss noch eins hin. Ich weiß, das ist nicht symmetrisch jetzt, aber ich hab's da hingesetzt. Ich wollte mal gucken, ob die Sonne aufgeht. Auf einmal... Darf man, ja? ...attacke ich mich da so ein Skelett. Darf man ja nicht mittlerweile drüber laufen? Legt das immer noch kaputt. Nein, da darfst du drüber laufen. Aber nicht rennen. Nur laufen. Ja, rennen kann ich eh nicht. Ich bin Hunger. Ich bin Hunger, genau. Okay, du bist Hunger. Ich bin Hunger. So, dann mach ich hier mal hier... Oh Gott, hab ich mich wieder erschrocken. Kevin, Hilfe, Enderman. Im Haus. Hast du dir das angeguckt? Ich weiß es nicht. Ich hatte wieder jetzt einen Herzriss. Das war wie damals bei Pokémon, als der aus dem Sander gejumpt ist. War aber auch schlimm, ne? Was machst du denn in unserem Haus? Geweckt. Wo bist du? Gott. Enderman. Du bist eine Spinne in unserem Keller. Was? Dieses Haus ist verflucht. Wir sind zwei Spinnen in unserem Keller. Dieses Haus ist verflucht. Oh Gott, da ist wie so ein Enderman unterwegs. Hast du ihn getötet eigentlich? Ich? Ne, ich hab ihn nur einmal gehauen. Wo ist er? Ich weiß nicht. Da hast du mich schon den da draußen gesehen. Oh Gott, ich krieg hier einen Herzriss. Es wird schon wieder dunkel. Mensch, Mensch, Mensch. Mensch, Mensch, Mensch. Und das Dach ist immer noch nicht färbt. Ja, aber ich hab schön abgeholzt. Das musst du mir jetzt mal lassen. Ja, lass ich dir. Das lass ich dir wirklich. Jetzt muss ich nochmal gucken. Alles hier schön in Bretter umgewandelt, wie die deutsche Übersetzung sagt. In Bretter umgewandelt? Okay. Sind da unten immer noch Spinnen? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Achso, nee. Hier unten? Nee, hier unten habe ich alles gesäubert. Ich bin hier nämlich der Säuberer. Warte mal, fürs Dach werden wir ein paar Stiefchen brauchen, oder? Ein paar? Ein paar hundert? Dann mach ich was anderes. Schon einige. So, zack, 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 zack. Boah, ja, rotier halt wieder, ey. Echt, ey? Ja, egal. Zack. Hm. Ich bin nicht zufrieden. Wie immer. Ja, ich bin nie zufrieden. Ich bin zu einer. Ich bin Taddeus. Du bist Thaddeus, Thaddeus, Deus, Deus. Sing mit. Ich bin Thaddeus, Thaddeus, Deus, Deus. Und jetzt du. Na, bin doch grad schon. Ja, nochmal. Nee, mach das doch nicht nochmal. Wo bin ich denn? Bist du ein Larry? Langweiler, ey. So, jetzt hab ich hier zwei Stackies mit, äh, 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 Stufen. Mit, äh, 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 Stufen. Mein lieber Padawan. Hier unten in dem Keller, ne? Ich würde ihn fast noch ein bisschen breiter machen, stimmt das? Ah, da bist du aber mutig, würde ich sagen. Da bist du aber mutig. Warte, ich komm mal, ich komm mal, der Papa kommt mal schauen. Du bist nicht der Papa, ey. Du bist der Bimbo hier, du bist hier der Tausendmädje. Der Tausendmädje, komm mal schauen. Ja, genau, der Papa. Ja, ne? Definitiv noch ein bisschen. Es ist dunkel hier. Also, ähm, wir haben uns da ja, wie schon gesagt, ein, äh, schon mal was gedacht. Hab ich keine, gibst du mir mal Stackies, please? Stickies? Stickies. Ich hab keine, mir das ist mir auch noch gegeben. Da muss ich mir welche machen, ey, du. Alle schon verbraten, alle schon. Oh, Holzkopf. Oh. Oh, Holzkopf. Also, warte, hier wäre das. Also, ich würde auf jeden Fall. Ja, ja, mach du mal, lalala. Ich würde noch fünf in die Breite gehen. Okay, dann gehen wir hier sechs in die Breite. Einfach nur aus Prinzip. Aber dann wäre das unsymmetrisch. Dann machen wir sieben. Na gut, dann machen wir sieben. Hast du mit sieben? Nee, dann machen wir sechs. Ach ja, das ist immer so eine schöne Arbeit, das Kobbeln. Wie, Schaufel hab ich auch nicht mehr? Bullshit. Bullshit, ich bin Jack Kahn. Ja, Oliver Kahn. Hä, Oliver Kahn? Also sieben noch, ne, haben wir gesagt. In die Breite, die du jetzt gemacht hast, oder was? Ja. Ach so, okay. Aber wolltest du in die andere Breite? Hm. Oh, ja, haben wir uns wohl... Sind wir wohl aneinander vorbeig geschrieben? Ja, egal, dann machen wir jetzt hier auf alle Fälle sieben. Warte. Wie, da sind nur fünf. Eins. Sei jetzt in sieben, jetzt bin ich glücklich. Oh, wer klopft denn da schon wieder? Klopft, klar. Mensch, die Nachbarn heutzutage. Echt? Machen Sie ihr Licht aus, wir können nicht pennen. Machen Sie die Musik aus, Alter. Alter. Opfer. Hey, Fackel. Ich mein nicht dich, ich mein generell Opfer. Nee, nee, ich mein die Fackel. So. Die Opferfackelweise. Jaja, die Opferfackel. Wer kennt sie nicht? Ja, wer kennt sie nicht? La 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 la. Ja, ja. Jetzt kann ich so nicht auf mir sitzen lassen, du. Ja, kommen Sie doch rein. Hallo. Jünger Mann. Wie, junger Mann? Der ist weg. Ist er weg? Hm, den wollte ich gerade reinlassen, aber... Er wollte... Weg. Eins, zwei, drei. Dann beseitigen wir mal die Unsymmetrie an dem Fenster, was du ja so vermängelt hast. Ach, da klopft es wieder. Knapp, klopf. Ja, kommen Sie doch rein. Ja, kein Thema, ne? Hier ist Tag der offenen Tür. Ja, du, du machst das schon, ne? Pum, pum, pum. Ja, ja. Du hast Besuch. Ja, schön. Möchtest du den Kaktus hier auf dich nehmen? Oder an dich nehmen? Ich würde einfach die Truhe plätschen. Warum hast du hier unten eine Bergmacht? Weil ich keinen Bock nach oben laufen will. Oh! Weil ich keinen Bock nach oben laufen will. Gute Deutsch. Oh, weißt du? Ne, das sollte da gar nicht. Weg. So. Okay, das kann ich erstmal auch weghauen. Schmutz auch. Du beschmutzt nur meine Anwesenheit. Äh. Äh. Und, hast du die Nachbarn nett empfangen? Mit dem Apparativ noch schön und... Ja, genau, mit dem Apparat. Zum Promi-Dinner hast du sie geladen? Klar, du nicht. Ne. Ich hasse Dinner und ich hasse Promis und ich hasse Nachbarn. Du hast Promis? Mhm. Das will ich jetzt so nicht gehört haben. Das heißt, ich hasse natürlich auch automatisch uns damit. Muahaha. Muaha. Boah, du scheiß Töhle, ey. Ich spring da gleich aus dem Fenster. Wuff. Ja, kaum wird es etwas schöner draußen, geht die Party ab. Genau, die Hunde-Party. Genau, die Hunde-Party. Aber diese Hunde heutzutage, ne? Überhaupt keine Moral mehr, du. Das ist genauso wie mit den Kiddies. Unglaublich. So. Ist so, ist so. So. Ladilu, ich hab Spaß beim Abbau. Ladilu, 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 ladilu. Wie geil, ey. Hä, Pinky Doe? Wer ist das denn? Keine Ahnung. Wer ist denn Pinky? Wer ist Bruce? Wieso sagst du was mit Bruce? Verstehe ich nicht mehr. Wenn ich jetzt hier runtergehe... Ja, passt. Wenn ich hier runtergehe... Wenn ich runtergehe... Genau. Wenn jetzt Sommer wäre. Ja, das ist erkannt. Hammer, ne? Kann ich nicht toll singen. Das ist ein Indiz dafür. Naja. Naja. Ne, kann sie nicht. Ich hab irgendwie Hunger, du nicht? Ich? Nö, ich hab keinen Hunger. Mir geht's doch ja. Ich bin ja gerade gestorben. Ne, ne, ich persönlich nicht mein Ding in hier. Ja, ich bin ja gerade gestorben. Genau, weil an Dingen kein Hunger hast, hast du auch keinen Hunger. Richtig. Und wenn man aus dem Himmel kommt, kriegt man erstmal so eine Nahrungswelle mit. Genau. Da hast du einfach keinen Hunger mehr. Du wurdest also aus dem Himmel geschmissen? Hm, nein. Gott hasst dich, Gott hasst dich. Ich war ein Bad Boy. Nein, fahr zur Hölle. Nächster Halt. Hölle. Auch Busse, da wo du herkommst? Bitte? Das hat jetzt gelegt, was? Gibt's da, wo du herkommst, auch Busse? Nein. Ja, deswegen. Wir fahren Kutschen. Aha. Wir fahren hier mit den Kutschen, mit der Linie 125, war ich immer dann in die Stadt. Mit der Kutschenlinie 125. Ja, es war interessant, eine andere Kultur kennenzulernen. Ja, absolut. Aber wir haben schon auf neue Techniken gesetzt. Ja, zum Beispiel? Und zwar gibt's jetzt die Mähdrescher-Linien. Die fahren dich auch in die Stadt. Ah, das ist ja cool. Ja. Wo ist die Treppe nach oben? Ich hab mich verzehlt. Ich merk da grad was. Ich hab mich verzehlt. Du machst einfach weiter nach links und ich koppel schon mal den Boden aus. Ist das okay für dein Ego? Nee, ist das okay für dein Ego? Ja. Moment, wenn ich mir das jetzt hier so überlege. No. Diesen Fallroom, den du da gemacht hast, ne? Ja. Den machst du mal schön wieder hin? Nee, ich hätte den eh wieder hingemacht, nur der war eins zu unbreit. Ah, okay. Der muss hier hin. Naja, aber weißt du, wenn wir dann von diesem Room in das eigentliche Lager kommen, ne? Weißt du, was so cool wär? Was wär denn cool? Das ist so, alle Stufen sind nach unten, weiße? Ah, aha. Da hast du, wie ich denn meine? Mhm, mhm. Dann lieber Palawan. Okay, ja. Aber ich muss das hier grad eh ein bisschen überlegen, wie das hier so cool funktioniert. Das ist da, 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 da. Also ich muss auf jeden Fall noch eine rein. Und da muss dann... Boah, ist das spannend, die Kabeln und die... Die, 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 die... Die Kabeln. Was? Und die Kabeln und die Kabeln. Wieso, wann, 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 Kabeln wir denn? Also bis dahin, ja? Genau, hier kommt dann die Wand. Wow, und ne Wand. Wow, Mann, ne? Also, wir haben's echt drauf auf ne Wand. Wie soll's mir nicht den Boden unter den Füßen? Ach, machst du gar nicht. Okay. Du bist so ein Arschloch, ne? Immer beschuldigst du mich irgendwas, ey. Ich mach lieber, du nehm immer bin ich the bad boy. Ja, the bad man. Na, 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 na. Na, 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 na. Es ist hell draußen. Kann ich machen? Dann würde ich jetzt sagen, machen wir kurz, äh, fangen wir das Dach schon mal an. Okay. Alles unfertigt lassen. Yay. Yay. Ich helf dir, mein lieber Joachim. Ich glaube, das ist jetzt nicht dein Ernst, ne? Freundchen, komm mal schnell aufs Dach. What is that hier? Ja, da war, ähm... What is that? Da war der Aufstieg, der Dreckaufstieg. What is that? Geh wieder ganz schön nach unten hier, ey. Das werde ich hier so nicht tolerieren. So, wie war das hier mit zweien, glaube ich, ne? Aua, ich mach runter. Aua! Ging's hier nicht los, da wo ich jetzt stehe? Das Problem ist, dass das mit der Treppe so gar nicht passt. Das hat... Das ist mir jetzt schon wieder. Wir gelangen genau hier an der Wand. Wir laufen quasi genau gegen die Wand. Das ist ja blöd. Ja, aber ist richtig, wie du das machst. Ich versuch mich mal an der Treppe. Gut. Also hier, wo ich jetzt stehe, eins draufklappt. Nee, 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 nee. Ich würd's in die Richtung hier machen, oder? Weil... Welche Seite ist denn breiter? Ich erkenne das gar nicht. Ich hab mit vier Ecken. Nein, die ist breiter hier. Welche ist breiter? Die hier, wo ich... Also die Seite, würd ich sagen. Ich würd's dann eher von hier machen. Und dann an der Spanien. Die ist breiter, die ist breiter, ja. Und was? Dann Spanien? Ja, genau. Und dann würd ich sagen, fahren wir nach Spanien. Mhm. Und dann dürfst du das eigentlich hin, oder? Da auf das Ding hinsetzen, ne? Ja. Genau, auf das Ding. Axti! Also nicht auf das Ding fällt. Also ganz ehrlich. Bei dir, Bels, auch, hab ich das Gefühl. Ne, bei mir, äh, scheinen wohl ein paar Bauarbeiter grad ein bisschen Wut zu haben. Okay. Die lassen die grad wohl an... Dir aus. Ja, genau, an mir. Die stehen jetzt grad genau vor mir. So, ne, auf dich hauen wir jetzt. Du Arsch! Du Arsch! Gehst du da drauf? Danke. Bedroh es nicht. Tue ich aber, lab mit, oder? Komplitieren Sie den Satz. Lieb dich, okay. Ja, lieber Bär. Wieso schreien die Kinder bei mir so? Ich weiß nicht, was bei dir los ist, ey. Ich versteh das nicht. Oh, die haben die Mähdrescherlinie verpasst, hab ich jetzt gehört. Oh, ah. Hm. Ah, du hast wieder die Mähdrescherlinie verpasst. Ah, schon wieder. Ja. Autsch. Au. Das hörte sich schmerzhaft an. War es nicht, war es nicht. Schmerz. Schmerz. Ich kenne keinen Schmerz. Batman kennt keinen Schmerz. Ja, Batman. Musik bitte. Also Musik? Musik. Ich hab Batman gesagt. So. Nanananananananananananananananananananana. Batman! Ich mach mal meine Stimme kurz weg. Der Saal lustig, sorry. Nein! Aua! Gesteht ihr recht? Ja, echt. Weil deine Stimme weg war. Echt? Also, ich verstehe auch gar nicht, was mir da eingefallen ist. Batman! Ja, Batman ist mir da eingefallen, stimmt. Hast recht. Gut, dass du mich daran erinnert hast. Gerne! Jetzt guck ich mal. Mein lieber Padawan. Bin ich dein Padawan? Er bist du mein Padawan. Das hättest du gerne. So, jetzt heißt es... Sterben. Danke. Wehe, du hebst was auf, ey. Ich schlage dich dort, Junge. Hast du den Grund wieder zu hart genommen? Da war low. Pante? Mhm. Das war selbst für dich ein neuer Tiefpunkt. Und noch ein Tiefpunkt, und noch ein Tiefpunkt. Ja, du sitzt hier locker, leicht, bequem in deinem Stuhl, hast drei Weizenbeer getrunken und immer ein Tiefpunkt, ein neuer Tiefpunkt, ein neuer Tiefpunkt. Was fällt dir eigentlich ein, ha? Entschuldigung. Wie, das sind meine ganzen... Meine ganzen Sachen sind da unten. Hier, auf der Treppe liegt auch noch was. Meine ganzen Sachen sind da auf der Treppe. Weder bist du da jetzt vorbeigelaufen, hat er so gekommen, so, aber was weiß ich. Was ist das denn hier? Das ist das denn, ey. Das ist das denn, ey. Batman. So, dann machen wir doch hier mal... Weis die Send weiter, ey. Nee, machen wir nicht. Nee, also ich bin aber auch noch scheiße. Vollgegen. Weitermachen. Wenn ich das schon höre, ne? Ja. Ja. Oh, ich vertraue mich an Dauer. Oh, typisch für dich. Ja, aber schau doch mal schon nach einer runden Sache hier aus, was wir hier machen. Findest du? Nee, überhaupt nicht. Aber komm, ich hab dir schon mal hier die Grundmanifesten gelegt. Oh, jetzt musst du dich wieder ins Rampenlicht rücken. Ja, ich bin ne Rampensau. Ja, wenn du so geil auf Rampen bist, dann... Weil ich am besten nochmal runter. Ich bin jetzt runtergefallen. Erstens, erstens, zweitens, könntest du dann auch dich um ne Weide kümmern. Da teilst du hier ein bisschen Tierchen herlocken, ne? Wennst du genügend Weizen hast. Ja, aber ich... Das ist noch nicht, äh... Ja, wenn du dann Weizen hast, weise. Weise. Wie läuft ich jetzt runter? Ja, ich weiß, was du meinst. Ich bin gerade überlegen. Lassen wir das Dach an seitlich ein bisschen überstehen? Nee, ne? Oder? Welche seitlich? Ja, so jetzt, ähm... Die seitlich? Nö, überhaupt nicht. Nö, nö, nö. Nö, nö, nö. Da hat es sehr schwul aus. Lass mich doch mal runter. Gerne. Entschuldigung. Meine Schuld. Natürlich. Personisch verabsichtigt. Nein, ich wollte dich auch genauso runterlassen. Wir gehen da so weit. Fall mal für den Pad runter. Das wär, glaub ich... Wär der Pad mögen, ne? Das wär lieb. Der Pad. Echt, ey. Na, ich auch ja. Das ist falsch. Ja. Geschickt die Rechte, wenn man hier den Pad die Stufen wegnehmen will. Hehehe. Den Pad, ha, 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 ha. Öh, du bist ja ganz schön schnell. Du bist ja ein flinkes Bienchen. Ich bin ein flinkes Wiesel. Du bist ja ein flinkes Wiesel. Ich bin ein flinkes Bienchen. Was hält mir eigentlich Wiesel zu nennen? Echt, ey. Ach, mein Gott. Du bist echt peinlich, ne? Ich nochmal eine Stufe falsch setze. Dann wär die sauer. Gut, dass du momentan nicht aufnimmst. Das wär hier ein Trauerspiel. Ja, das wär ein Trauerspiel. Trau ich mich zu jumpen? Nö. Endlich. Yay. So, das Dach machen wir noch fertig. Wo ist Schaufel? Schaufel und Eimer, wo seid ihr? Hm. Schaufel. Du bist so peinlich. Was glaubst du nicht? Ein Hinweis, ein Hinweis. Ein Himbeer-Eis, wo? Was? Ein Himbeer-Reis? Wer warst du jetzt? Ich? Ja, der Mann. Der Mann? Der ist ein Franzose? Nein, das war Russisch. Was, ein Himbeer-Reis? Was, ein Himbeer-Reis? Heißt das? Erschuldigung. Ja. Entschuldige dich, aufgefährlich. Ja, ist auch richtig so, dass dich entschuldigt hast. La, 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 la. La, 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 la. Quack, 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 quack. Quack. Quack, quack, quack. Oh, weiß das schon. Jetzt hast du mir die Vorlage gegeben, sorry. Sorry for party rockin'. Yeah, bitch. So, dann haben wir Dette hier auch. Doch, das Dach soll noch fertig werden. Ja, kannst du das machen. Nee, jetzt bin ich schüchtern. Oh. Oh, schüchtern. Wie heißt das? Erst möchtest du ein Feld haben, dann möchtest du das Dach erst fertig machen. Entscheide dich doch mal. Ja, war das gleichzeitig. Ist doch klar. So, ja gut. Ist mir so jetzt gar nicht bewusst geworden. Boah, ey, jetzt habe ich zum allerersten Mal die Stufe falsch gesetzt. Zum allerersten Mal, sagt er. Wirklich, glaube ich, war das jetzt schon das 2000. Gar nicht wahr. Nicht in dieser Aufnahme, Muha. Muha. Ja, und jetzt? Wir jumpen, oder was? Ja, wir bräuchten auf jeden Fall noch Holz von dir. Von dir? Wir bräuchten Holz von dir. Wer ist denn, wem bist denn du da zu Werk? Ja, die Abonnenten und ich. Holz soll ich dir geben? Ja, das kannst du auch selber auskleiden. Aber ich möchte dir ein Fenster, dass dir das mal klar ist. Nee, echt. Guck doch, ich bin schon fertig mit dem Fenster. Nee, jetzt gucke ich gar nicht mehr. Nee. Nein, nicht? Guck doch weg. Er hat ein Fenster gemacht. Habe ich dir jemals befreundet, ein Fenster zu machen? Nein, deswegen habe ich es ja gemacht. Muha. Los, 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 an der Seite. Los, los, los. Jetzt kommt so eine Spinne hier noch rein. Zzzz. Zzzz. Genau, das ist ein Roboter. Oh, gell. Das war deine Idee, die ich meine. Schön. Ist es nicht schön hier? Hier will ich mein Bett haben. Ich will hier auf den Berg gucken und auf den Urwald und auf das Wasser. Ja. Und du guckst auf diesen hässlichen Wald. Dankeschön, für's zu sehen. Ich kann das. Naja, lustig, ne? Fand ich auch. Und wir sehen uns dann im nächsten Part. Tschüss. 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 Tschüss.